Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zu Hoch-die-Hände-Wochenende. Ich freue mich diesmal ganz besonders über das Orakel. Erstens mal, weil ich die ganze Woche Orakelpause gemacht habe. Und zweitens mal, heute ist Frühlingsanfang, Venuszeit. Ja, hier kommt. Wir sehen aus, ja, es blüht auf. Wir richten unseren Fokus und hegen und pflegen etwas, was aufgehen soll, was eine Resonanz liefern soll. Ja, die Spiegelung, die wir brauchen, in dieses Energiefeld steigen wir ein. Wer da noch Probleme hat, sich entsprechend positiv und lichtvoll auszurichten, die Ostara-Box, ja, für Ich sehe aus und erhalte entsprechend das Echo, entsprechende Resonanz, Das habt ihr in der Infobox, ja. Und jetzt steigen wir aber aufs Wochen-Orakel ein. Aufs Wochen-Orakel. Nein, 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 auf Hoch-die-Hände-Wochenende. Wir gucken uns die verschiedenen Themenbereiche an und gucken, wo es sich jetzt lohnt, einen besonderen Blick drauf zu werfen. Ich freue mich ja am 1.3. immer besonders darüber, dass die Wintersaison vorbei ist in den Eisdielen. Wer mich nicht erst seit gestern begleitet, weiß das, ja, aus meiner Kaffeesucht komme ich in die Eissucht. Ich werde auch dieses Wochenende, ich habe schon in der Familie angekündigt, dass es mir pellewumms egal ist, ob sie mitkommen oder nicht. Ja, ich setze mich auch alleine in die Eisdiele. Auf jeden Fall werde ich meinen Sonntag in der Eisdiele verbringen. So, wahrscheinlich so mit Mütze, Schal, Handschuh. Ist mir pellewumms egal. Her mit dem guten Zeug. So, das heißt, wir steigen jetzt auch gleich mal, weil wir haben am Sonntag haben wir ein Quadrat zwischen Venus und Uranus, ja, und da ist im Schützemond der Schütze. Ich muss es euch schon wieder zeigen hier, wartet. Ich muss euch sowieso runterholen, ne? Da, der Schützemond, ne? Ja. Her mit dem guten Zeug. Her mit den positiven Energien. Her mit, es wird leichter. Her mit, wir sehen aus, ja? Und bitte das, was uns glücklich macht. Tor 3,3, ne? Und an diesem Tor bildet hier Venus, ne? Die Weiblichkeit, ein Quadrat mit Uranus, ja? Das heißt hier, die Venus will jetzt da. Ja, Positivität, ne? Licht im Leben haben. Und seht, das muss, ja, wenn sie es haben will, es eben auch entsprechend aussehen, ja? Das sind hier so fröhliche Gespräche, Leichtigkeit, Dinge, die Spaß machen, ja? In der Kommunikation eben auch, ihr wisst, ne? Haben wir in den letzten Orakeln drüber gesprochen. Die Fokusverschiebung, ne? Auf das, was quirlig und glücklich macht, ja? Das ist ein ganz stark spürbarer Energiestrom, ne? Den die, ja, die Venus lässt fließen, ja? Die Venus blüht auf, ne? Also, nochmal Bestätigung zu der Uranusbox. Und da gibt es jetzt auch mächtige Verliebtheit auf den ersten Blick, ja? Weil Venus eben den Fokus auf das richtet, was leicht ist, was Spaß macht, was Freude bereitet, was Positivität bringt, ja? Und da, wo sie mit diesem Energiestrom, ne? Mit diesem Fluss andocken kann und da einen Verstärker findet, ne? Da dockt sie jetzt eben an. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch mit diesem Themenfeld direkt an und gucken auf die Liebe bei den Singles. Oder bei den Frischverliebten eben, ne? Wo man jetzt noch nicht von festen, ich-kenne-dich-in-und-auswendig-Partnerschaften sprechen kann. Das Wochenende, der Frühlingsanfang für die Singles. Was können wir da noch mitbekommen? Ja, das ist ja geil. Also, für die Singles, ihr Hübschen, ja, kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Ihr werdet einen Mann kennenlernen und euch in ihn verlieben und der ist dann eure Hauptperson. Ja, das ist, äh, kosmischer Humor. Love you. No. Und, ähm, für die Männer gilt natürlich das Gleiche, ja, aber es ist auch, ähm, sich etwas trauen, ja? Sich etwas trauen, ähm, und das passiert eben über das Andocken, ne? Ja, über das Andocken, über das bezaubernde Lächeln der Venus, weil die Venus etwas glücklich macht, ja? Und das ist der Impuls hier für das männliche Feld, sich mehr zu trauen, ja? Und, ähm, ich höre hier, und das mache ich auf gar keinen Fall nach, ja? Also, auch ich habe meine Grenzen, ja? Ja, aber ich höre hier ein, ähm, Balzgesang, ja, und sehe die Männer jetzt, äh, ein wenig gockelig. Und nein, ich werde es nicht nachmachen. Aber ich finde es sehr, 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 sehr schön. Also, mein Rat an euch. Raus aus dem Haus! Was bedeutet das hier für feste Partnerschaften? Für Ehen oder eben, ne? Lebenspartnerschaften, sowas halt, ne? Der feste Bereich, ja, auch da macht sich die positive Energie jetzt breit, ja? Man, ähm, erlebt Freude und eine tolle Zeit, ja? Weil eben, ja, die Venus im Allgemeinen aufblüht und jetzt einfach auch keinen Bock mehr hat. Deswegen habe ich auch die ganze Woche nicht georakelt, ihr Süßen, ja? Weil wir noch im Nachklang waren und da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Ja, und so geht es der Venus jetzt einfach, ähm, generell, ja? Ja, und, äh, und, äh, das gilt auch für feste Partnerschaften, ne? Auch da möchte man jetzt einfach, ähm, eine positive, äh, und eine tolle Zeit verbringen, ja? Ja, da hat man jetzt einfach keinen Bock auf Streit, ne? Die Sonne kommt raus das Wochenende, ne? Und, ähm, jetzt will man eben, wie gesagt, Schütze Mond, ne? Rein in die Leichtigkeit. Ja, sehr schön. Ich finde, es gab jetzt auch genug Zeit, um die Dinge zu klären, ne? Oder in die Klärung zu bringen. Also, irgendwann muss ja auch mal gut sein, ne? Ja, das heißt, wie ist denn die allgemeine Stimmung? Wobei, ähm, das ja eigentlich auch schon geklärt ist damit, ne? Die allgemeine Stimmung. Ja. Ja, hier haben wir natürlich wieder beide Seiten, ne? Es gibt immer noch die Miesmuffel, logischerweise, die werden auch nie ganz vergehen. Die Frage ist halt nur, ja, ob man die Miesmuffel, äh, die Miesmuffel hier, äh, in den Fokus vom, vom, äh, Stirnchakra setzt, ja? Es gibt immer die, die, ähm, schlechte Laune und, äh, Zwist sehen. Das haben wir auch in der Energiearbeit 3.3 besprochen. Habt ihr in der Infobox, ne? Und die Frage ist halt nur, ob man sich mit denen befasst, ne? Und das Bild, was ich dazu kriege, ist aber, dass man denen im Allgemeinen den Rücken zudreht, ja? Behalte deine schlechte Laune für dich. Und, ähm, versau mir hier nicht den Tag, ja? Versau mir hier nicht den Frühlingsstimmung, ne? Versau mir nicht die ersten Sonnenstrahlen, ne? Ha? Ja. Also sprich, wenn hier jemand im Außen, ne, mit, äh, schwierig und launisch und, äh, Undurchschaubarkeit kommt und mit Unzuverlässigkeit kommt, ja? Dann, ähm, darf diese Person hier gern nach Hause gehen, ja? Alles, was Zwietracht seht, ne, wird jetzt aufgrund des Grundbedürfnisses in die Leichtigkeit, ja, und in die Wärme zu gehen, ähm, sofort erkannt, ne? Sofort erkannt, das ist Energiearbeit, Tor 3, 3, ne? Und, ähm, verbannt. Das hat sich gereibt. Sofort erkannt und verbannt. Schwingen. Ja. Krieg so einen Impuls, ähm, hier Gaia anzuzünden, ja, da ein Licht drauf zu geben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit den Kerzen diesmal, äh, wirklich rumgeize, weil das ehrlich gesagt überhaupt gar nicht so einfach ist, äh, die in Form zu bringen, ja? Also, die zu gießen, ähm, kostet Zeit, ist intensiv und muss sehr behutsam und liebevoll gemacht werden, ja? Zu viele Details. Ja. Deswegen, ähm, werde ich die jetzt nicht anzünden, so. So, was bedeutet das hier für den Bereich, ähm, Spiritualität? Was haben wir da? Was haben wir in dem Bereich Spiritualität? Uh, Sender und Empfänger. Ja, das, was wir hier im Grunde genommen schon gesagt haben, ne? Man weiß, das ist wieder Frühlingstag und Nachtgleiche, ja? Ja, man, äh, äh, spirituell betrachtet, ne, wird man hier auf Augenhöhe geschickt, ja? Das heißt, man weiß hier, dass das, was wir gerade im Grunde genommen schon gesagt haben, ne? Man weiß hier, man spürt, ne, direkt die Energien des Anderen, ne? Man spürt direkt, was bekomme ich hier, ne? Ist das hier gleich und gleich gesellt sich gern, ne? Ja, wir gehen in die Frühlingstag- und Nachtgleiche, wir gehen in die Spiegelpartner, ne? Wir gehen in die Twins, ne? Dual ist raus, ja? Das heißt, selbst wenn hier ein Dual, ein Gegenteil andocken will, ne? Licht und Schatten, ja? Venus steht hier im Licht, ne? Oder will ins Licht, ne? Das werdet ihr wieder selbst am besten wissen. Und, äh, wenn hier Schatten andocken will, ne? Dann weiß man sofort, dass das eben nicht auf Augenhöhe ist, ja? Und das wird jetzt vom höheren Selbst halt reingegeben, ja? Man merkt hier sofort in der Kommunikation, ja? Das ist Sender und Empfänger, ne? Ob hier Sorgen und Stress und Unruhe und Hektik und Chaos verbreitet wird, ja? Oder ob hier gezwitschert und getrellert und geflirtet wird, ja? Aber, ja, das ist eben das Energiefeld, ne? Das ist das, ähm, Venus, das Quadrat zwischen Venus und Uranus, ne? Na. Gut. Ist logisch, äh, ergibt Sinn. Braucht uns keine Sorgen zu machen, ne? Weil man merkt das halt eben gleich, ne? Ja. Das heißt, was, was haben wir hier im Feld Gesundheit? Gesundheit, Gesundheit, Frust schadet nur. Frust schadet nur und bringt Nierensteine. Die Niere spült und entgiftet den Körper, ja? Und wer Nein dazu sagt, äh, und, äh, sich da verweigert, ne? Bestimmte Dinge halt zu entgiften, ne? Äh, äh, der müsste mal gucken, ja? Nierensteine ist natürlich immer das Extrem. Merkt es aber vielleicht auch im unteren Rückenbereich, ne? Da, wo die Nieren sitzen. Ne, dass er vielleicht dann ein bisschen Rücken kriegt, ja? Oder, was weiß ich, ein Ziehen, etc., pp., ja? Frust schadet nur, bringt Blockaden im Körper, ja? Und, ähm, was dann rein muss, ist der geswitchte Blickwinkel, ne? Also, sprich, Gesundheit zeigt jetzt an, ja, ähm, du blockierst selbst, ja, die positive Energie, die jetzt einströmen möchte, weil du deinen Blickwinkel, das Stirnchakra eben auf Zwietracht und Zweifel und Misstrauen und, ähm, Schwierigkeiten legst, ja? Okay. Hast du auch ein netter Hinweis, ne? Findest du ja auch immer schön, wenn der Körper so mit einem spricht. Gucken wir auf die Finanzen. Und auch das, äh, kommt dann aber eben vom Außen, ne? Finanzen. Was haben wir hier im Bereich Finanzen? Uh! Hilfe bekommen! Geldgeschenke, die von Herzen kommen. Also, sprich, ähm, also von Herzen geben, ne? Das heißt, ähm, man wird vielleicht, ne, auch, äh, eingeladen. Ja, also hier so, wenn man dann draußen unterwegs ist, ne, mit Positivität geladen, ja? Ja, dann zahlt man dieses Wochenende nicht. Und es kommt dann von Herzen, ja. Äh, hier ist, äh, Dankbarkeit für Positivität und Licht. Äh, das ist aber schön. Ja, das, äh, hört sich doch gut an, ne? Das hört sich doch gut an. Auf Beruf mag ich gar nicht gucken, ihr Hübschen. Ich glaub, das, äh, rutscht hier auch. Äh. Beruflich. Auch da. Also, wir haben hier wirklich, äh, das läutet hier irgendwie alles einen krassen Wendepunkt ein, gerade, ihr Süßen, ja? Also, auch beruflich, ja, macht sich, äh, der Frühling bemerkbar, ja, da, ähm, haben wir eine glückliche Zeit, ne, ähm, ne, ich will hier kein Ärger, kein Stress und kein Streit, ne? Teamarbeit, weil das ist, äh, von oben geführt, ne? Und von oben geführt ist, äh, niemals Ego, ne? Niemals das Kreischende, ich will aber, ne, ich will gewinnen, ich will besser sein, ich will stärker sein. Also, dieses Konkurrenzdenken, ne? Das, äh, kommt nicht von oben. Ja, und das sind hier, ähm, Eingebungen, Ideen. Neue Erkenntnisse, das ist Fortschritt, ja, geführter Fortschritt, das sind Impulse. Und die sind nicht so, ne? Das hier ist Minderwertigkeit und diese Minderwertigkeit als Frust, ne, ähm, an anderen ablassen. Und das gehört nicht ins Universum. Ja. Also, beruflich Fortschritt. Fortschritt, weil geführt. Ja, durch, wie gesagt, kluge Ideen, Eingebungen, neue Erkenntnisse. Ja, so, ich sehe hier, ähm, die Glühbirne über den Kopf einfach, ne? So geil. Ja, so lösungsorientiert, ne? Aufgeräumt. Ja, sehr, sehr geil. Also kann ich überhaupt gar nichts Negatives über dieses Wochenende mitgeben. Ja, falls doch, werdet ihr es selbst merken, ne, im unteren Rückenbereich, ne, auf Nierenhöhe. Und, ähm, wenn euch jemand die Tür vor der Nase zuschlägt, dann überlegt mal, welche Energien ihr verteilt, ja? Und wenn hier solche sind, die solche Energien verteilen, dann seid ihr diejenigen, die die Tür vor der Nase zuschlagen und sagen, mein Gott, ja, sperre dich mit deiner schlechten, miesmuffeligen Laune doch selber ein. Ge-na-u. Okay. Ich würde sagen, haben wir alle Themen, ne? Haben wir alle Themen, wisst ihr Bescheid. Und mal abgesehen von den miesmuffeln, wird's ne geile Zeit. Ja. So, ham. Gibt nichts weiter zu sagen. Okay, dann entlasse ich euch mal. Bis dann.